Heute ist der 14. Dezember. Hier ist wieder Axels WhatsApp Adventskalender und schauen wir doch mal in das heutige Türchen rein. Oh, ein Kinderüberraschungsei. Da steckt was zu essen drin und auch eine Überraschung. Und ja, gucken wir doch einfach mal. Hier ist die Schokolade und innen drin die Überraschung. Sogar eine Figur seht ihr hier und die bekommt ihr nur in jedem siebten Ei.